Hallihallo, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Arztentum. Wir werden diesmal in die Arena gehen, mal wieder. Denn die Arena tut uns gut, außer brauchen wir noch einen Sieg als Schurke. Und das kriegen wir noch mit unserem neuen Schurkendeck, bestimmt sehr gut hin. Wir haben das erste Spiel gewonnen und ich finde unser Deck sieht ganz cool aus. Ja, wir haben schöne günstige Karten. Wir haben Zweier, Dreier, Vierer, einige, sehr viele Vierer. Ja, das Mittelfeld und das frühe Feld gehört uns im Prinzip, ja. Wir haben vielleicht nicht ganz so viele starke Karten, aber das ist okay. Habe ich gerade starke Karten gesagt? Ich meine natürlich hohe Karten, teure Karten. So, die behalten wir mal, weil die macht vier Schaden, man. Und toll, wie war das? Wir haben sehr viele frühe Karten. Wo sind die bitte? Wo sind die? Okay, vielleicht ziehen wir sie nach. Oh, immerhin. Der erste Zweier, der sich hier uns begegnet und uns ansieht. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Der erste Zweier, den wir sehen. Oh ja. Nehmen wir mit. Und gegen einen Markier, diese Karte können wir da ruhig aufbewahren. Gegen einen Markier, gegen Jaina. Denn die kontrollieren aber zumal ja doch eine Falle, ein Geheimnis. Und das übernehmen wir dann. Also, gute Karte. Für jetzt. Na, was hat diese Karte vor? Was hat sie vor? Ah, da siehst du dein Haus. Oh, das ist ja toll. Das ist, was ich sehe. Dass du stirbst. Ja. Sie haben dich dazu herausgefordert. Und ich habe diese Herausforderung angenommen. So läuft's. So läuft's, Kleine. Das darfst du doch nicht entgehen. Wirklich, ja, ja. Ich würde gerne wissen, ob sie hier Keimnisse ausspielt. Und diese dann klauen. Hm. Ich würde sagen, wir behalten unsere Karten erstmal noch. Weil wir später richtig gut abgehen damit. Und im Moment haben wir eben nichts, was uns wirklich hilft. Die möchte ich eben hier ausspielen. Wie gesagt, wegen den Geheimnissen. Wohl. Vielleicht hätten wir sie doch spielen sollen. Jetzt ist es irgendwie zu spät. Ja. Aber nur irgendwie. Wir haben schlecht gespielt. Kill Roy, du hast gewonnen wahrscheinlich. Du hast den Sieg verdient, ja. Zumindest. Okay, das war eigentlich doof. Sie wollte, da wollte wohl jemand verhindern, dass wir Karten ziehen. Äh, dass wir angreifen. Ja, direkt. Genau. Das scheint eine gute Erklärung zu sein für diesen Zug, der eigentlich sonst sehr schlecht ist. Aber wir haben jetzt hier einen Yeti. Der ist sehr stark. Danach kommt diese Karte. Danach diese Karte. Und dann haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen, um hier günstige Karten auszuspielen. Haha. Was soll ich nur tun? Äh, weiß ich nicht. Na gut. Also er zieht jetzt. Hier hätte eigentlich schon dieser Spieler, der längst viele Karten ziehen können. Wenn er das denn gewollt hätte. So, wir spielen diese Karte aus. Und das war's schon. Wir können die ausspielen. Dann die. Oder den oder so in der Art. Ich weiß gar nicht. Wir können den ausspielen. Und dann den. Das ist gut, oder? Ja, ich glaube, das ist sogar sehr gut. Weil wir gerade auch ein gutes Feld haben. Er hat drei, sechs, sieben Handkarten. Wir haben drei, sechs. Okay. Insgesamt hat er plus eins. Aber das können wir ja schnell ändern. Ja, was sollst du tun? Das ist eine gute Frage, Chloe. Vielleicht mich töten. Hahaha. Diese Karte könnte alleine schon plus machen. Außer hat ein Polymorph. Ja, dann würde er mein armes Ding schieben. Aber dann wird er nicht so lange überlegt. Also, was hast du denn? Dann überlegt er wirklich, hm? Soll ich Polymorph spielen? Das soll eine Waffe sein? Er wird jetzt drauf schießen, nehm ich an. Und dann hat sie leider kein Plus gemacht. Aber er macht Plus. Hahaha. Oh, ein 3-2er. Den müssen wir leider töten. Wie machen wir das? Am besten. Fürsucht einschaden. Können die in dieser Fall ausspielen. 2-5-7. Passt ja. Perfekt eigentlich. Hier. Dann diese Karte. So, dann. 4 Schaden darauf. Und hier töten. Und hier einfach angreifen. Das war's. So, das sah doch gut aus. Ja, ich denke, das sah gut aus. Ne, jetzt können wir den spielen. Dann sieht das doch ganz sehr gut aus. Außer Flames Reich kommt jetzt. Dann ist er ärgerlich. Aber naja, dann hatten wir trotzdem einen sehr schönen Move. Aber gegen Flames Reich komme ich nicht an. Warum überlegt er dann so lang? Vielleicht Blizzard? Oder doch lieber Flames Reich? Was soll ich noch? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Erledige doch meine Karten. Aha. Aha. Ich sehe, was ihr tut. Der. Oder heißt doch was das, oder? Wir werden gleich den 7er spielen. So. Dann achst du es, dass du nicht andere Züge gemacht hast. Ja, geil. Das war perfekt für mich. Gut, geil. Danke. Ich frage mich, ob ich lebenswüde bin. Nein. Und du? Wir spielen nächste Runde. Oder wie? 4, 6, 10. Wow. Wir machen den und den wahrscheinlich aber. Das scheint mir eine sinnvolle Sache zu sein. Oh, Blizzard. Okay. Jetzt zündet er den. Und dann bin ich traurig. Und dann machen wir die nächste Runde einfach tot. Weil das sind dann sehr viel Schaden. Was hat er vor? Will er die nächste Runde irgendwie anders töten? Fände ich aber nicht so gut. Dann spielen wir jetzt auch noch den hier. Da. Da haben wir ihn hier wieder aufgepowert. Ah, jetzt haben wir hier vergessen. Okay, können wir auch anders machen. Dann müssen wir den ausspielen. Fuck. Schauen wir mal, ob das vielleicht reicht. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Nee, oder? Ah, warte. Flames Ray geht gar nicht mehr. Er hat diese Karte jetzt doch noch gehabt. Schade. 12, ähm... 16, nur 19. Schade. Ich kann leider nur 19 Schaden machen. Aber ich kann den benutzen, um da anzugreifen, trotz allem. Und dann diese Karte verwenden. Dann diese, ja. Hm. I know, don't know, what you want to do. So, let me know. When you have something. Oh nein, er hat's getan. Oh, vorerst eine Karte, damit geht die Komodo wieder, oder? 2, ja, komm. Wow. Und jetzt hier diese Karte. Wow. Ich habe nicht genug. Oh, wir haben nur noch 2 Mana. Schade. Sollen wir jetzt unser Feld kaputt machen, oder lieber uns Schaden machen und dann angreifen, oder? Mit allem, was wir haben. So, würde ich sagen. Das liegt doch toll. Noch 15. 5, 9, 11, 15. Oh, wir haben ja schon tödlichen Schaden. Dank ihm auch. Oh, 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 oh. Ist das eine Karte? Oh, 2 Karten. Welche Karte würde... Welche Karte ist zum Schutze gut geeignet? Das wollen wir herausfinden. Wir klauen uns eine Karte von ihr. Oh, diese Karte. Oh, das tut mir ja fast schon leid. Das machen wir jetzt. Wir würden, wenn wir die angreifen... Wartet mal. 5, 9 Wir kommen nicht tot diese Runde, also Bäm Oder? Wartet, 4, 5, 9 Damit schon Wollen wir jetzt mal austesten Wir greifen jetzt hier an Ein Mistake Ach, Idiot Ja, ja Jetzt habe ich wirklich einen Fehler begangen Oh, verdammt Jetzt habe ich so den dicksten Fehler gemacht Er hatte 4 und er hat nur 3 Angriff gehabt Na, egal Wir haben jetzt Spiegelgestalt von ihm geklaut Und diese Karte kommt zu uns auf die Hand Tada Also aufs Feld Logischerweise Stellt 6 Leben her Wow, die beste Paladin-Karte ever Wir sind immer noch bei Lettl Aber ich weiß ja, was Was er da haben wird Das ist diese Karte Die ihn schützt So Es war ja klar Dass es diese Karte sein muss Äh Können wir darauf stehen Also Kilo Roy Zeig uns What you got Danke Unser erster Sieg, Leute Also in diesem Dieser In diesem Ah, let's play Nein Unser erster Sieg In dieser Aufnahme Ah, zwei Siege 2-0 Dann lass uns schauen Wie es weiter geht Ups Etwas spät eingeschaltet Sorry Ich war gerade beschäftigt 1, 2, 3, 5 Behalte ich Weil wir eine Münze haben Deswegen ist das gar nicht so schlecht So Mann, das hat gerade eben Sehr lange gedauert Das Spiel Oh Wow Das Schlechteste Was man machen kann Diese Karte ausspielen Aber gut Wir haben hier Vielleicht kann er die jetzt aufpuffen Wenn nicht Äh, ja Würde ich mal sagen Leidet diese Karte Wow, jetzt muss er die Karten ziehen Weil er eine Karte verschwendet hat Finde ich saugut für ihn Äh, für mich Da So Dann spielen wir 3 Jetzt haben wir sogar 4 Und 5 Also wir haben gerade Eine richtig gute Äh, Mana Curve Ja Wir sind am Curve Gegen Roos Beif Bam Und lass uns mal sehen Haben wir hier eigentlich die Quest erfüllt Aha Okay Ah Da er jetzt 2 Karten Oder gut Praktisch eine Karte benutzt Weil er durch die andere eine Karte zieht Aber auch Fand ich jetzt nicht so schlimm So Der ist cool irgendwie In der Arena ist richtig gut Schön angreifen Schaden ihn bekommen lassen Dann hier um Fähigkeit nutzen Dann ihn wieder ausspielen Und so weiter Und so fort Der Mr. 3 6 hat Karten Und er hat eine Mal gezogen Durch seine Fähigkeit Und wir haben 4 Das heißt 5, 6 Oh, wir sind im Ausgleich Ha Weil er Minus gemacht hat Um mir einen Schaden zu machen Oder 2 Wow Frag mich auch Ob Du Das Spiel überhaupt noch gewinnen kannst Aber das schadet ja immer am Ende Oh ja, da hat es keine Waffe Das ist fast schade Okay Wir machen das uns jetzt ganz einfach So Ihr habt kein Ticket So Dann Geben wir ihn zurück auf die Hand Greifen hier an Greifen direkt an Und beschwören Ihn hier Das ist doch eine gute Idee, oder? Jetzt müssen wir ihn erst mal angreifen Und wir können mit unserer Waffe dort angreifen Habt ihr heute schon eure patriotische Pflicht getan? So, das reicht noch was Ne, Inspiration Hm Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht Die Inspiration, die er da hat Für What you want with that So, jetzt kriegt er erst mal Leben dazu So, jetzt ist die Frage Spielen wir den lieber aus? Oder den? Aber ich bin dafür eigentlich Knappe, mir zur Seite Dieser Diener hat bereits angegriffen Ja, und hier greifen wir nochmal an So Läuft doch Jetzt kriegt er einen Knappen von mir aus auf die Hand Soll er machen Soll er Fähigkeiten Und ausspielen Was eigentlich so gut ist Weil er eine Karte zieht Und dann noch einen Knappen bekommt Also aktuell ziemlich geil Für zwei Mana wahrscheinlich Oder so kostet der Oder eins Für zwei, zwei Nee Für zwei Mana halt theoretisch Jetzt können wir angreifen Plus Fähigkeit nutzen Im Prinzip Im Notfall Also hier können wir auch noch Einmal nutzen Vor allem mache ich günstige Karten ab Da hier auch sowas Das wird uns helfen Würde ich sagen Oh, jetzt müssen wir hier überall angreifen Wirklich Das ist schade Wenn ihr darauf besteht Dann machen wir das so So Gut gespielt Und so Dann haben wir eigentlich alles Was wir brauchen Gut gespielt Na ja Danke, danke, danke Oh nein Die Karte hat er Leider Da hat er wohl Die richtige Karte Auf dann gehabt Upsi Oh, wir finden Einen facheinfeindlichen Diener Finde ich okay In dem Fall Dann können wir den spielen Und den aufpowern Hm Sollen wir Wir machen den erstmal So Nächste Runde spiele ich den Plus den Das sieht gut aus Nun, Mister Und dann vernichte ich Alles von dir Dein Leben vernichte ich Ja, zieh recht weiter Karten Ja, bis du stirbst Oh ja, bitte Bitte stirb Alleine dadurch Ist das ja schon Extrem viel Schaden Hm Aber der, der Ingerufen hat Gefällt mir nicht Brauch ich gerade nicht Was ich brauche? Ist eine Karte Die angreifen kann Eigentlich Hm Wir spielen das aus Plus das Gut, wenn wir jetzt Angreifen machen wir Vier Schaden Aber er wird dann Irgendwann Wir werden den Kaputt hausen So Irgendwann sollten wir noch irgendwas machen Aber ich weiß jetzt Gerade nicht was Das sind alleine Zehn Schaden Damit machen wir Zwölf Schaden Zwölf Schaden Kommen wir im Moment Ja, und dann ist es Natürlich sinnvoll Noch mehr Karten zu ziehen Während man gerade Die Möglichkeit hat Sehr viel Na gut Können eine Karte Zerfinden Ziehen Und diese zu zerstören Ah, den hat er Das habe ich ja übersehen Kombo verursacht Einen Schaden Das finde ich gut Das wäre gut Wenn ich damit Was machen könnte Wir können den Auf 5 bringen Oder wir greifen Den an Los geht's Zwei Dreier Zerstören Wirklich Bin mir gerade Nicht sicher Was wir machen Direkt gehen Ist gerade Nicht so gut Wir nehmen den jetzt Wir gehen Wir spielen unsere Waffe aus Wir machen dem jetzt Einen Schaden Und wir spielen Diese Karte aus Für mich So, damit haben wir Alles erreicht Was wir erreichen wollten Glaube ich Wenn wir allerdings Jetzt nochmal So ein Öl ziehen würden Hm Ich weiß nicht Dass er den gerade Haben muss Wir haben nichts Grutes Teures Warte Nur aus 12 Decker Da hat er schon Ordentlich gezogen Der Mr Der Mr Hexenmeister Der wahrscheinlich Gewinnen wird Am Ende Hätte Face Gehen sollen Glaube ich Die ganze Zeit Aber Face Ne Das Oh Jetzt zerstört Er mir meine Arme Karte Nun Wen greifst du an Der 3-2 Das ist sehr gut Damit kriegen wir Nochmal Ne Fähigkeit Also nochmal Toll Natürlich Musst du Die haben Oh Bist So ein Mistkerl Wir spielen Jetzt Diese Karte Aus Bei dir Könnte Cool Sein Schade Ich hatte Gehofft Dass er Den Irgendwie Erwischt Joja Ist ok So Hier Wir machen nochmal Einen Schaden Rein Und fertig So Mr Wir haben Wieder ein gutes Feld Mal sehen Was er Diesmal Verkarten hat Um Dieses Feld Zu bezwingen So langsam Sollte er Aufhören Karten zu ziehen Äh Aber Sagt mir Nicht Er hat Irgendwas Zum Vertorten Ah Ok Jetzt müssen wir Quasi Aha Können wir Nichts Gegen Machen Ich glaube Wir werden Verlieren Was er jetzt Bräuchten Würde Das Öl Und selbst Dann Verlieren Wir Oh Fuck Nur Weil er Tatsächlich Diese Karte Weil wir Nicht Festgegangen Sind Wenn wir Jetzt Das Öl Ziehen Hätten Wir Gewonnen Wären Wir Einmal Fest Gangen Wahrscheinlich Ja Das hilft uns Jetzt Irgendwie Nicht Äh Schade Haben wir Aber verloren Die Runde Weil wir Können den Spielen Direkt Angreifen Dann das Hier Und dann Äh Fertig Schade Aber Ja Das hätte Besser Laufen Können Oh Mann Hat er Glück Oder Hat er Glück Wieso Habe ich Die Jetzt